Es ist natürlich schön, dass die Jungs erfolgreich waren, aber jetzt ist wieder Bundesliga, wieder etwas ganz anderes. Ich denke, die waren zehn Tage weg. Jetzt ab morgen sind wir wieder alle zusammen. Wir haben noch zwei Tage, um uns gut vorzubereiten und das Spiel auch weiter. Das gehört dazu. Ich denke, im nächsten Monat ist wieder eine Pause, eine Länderspielpause. Es ist immer schön, wenn man kurz vor der Länderspielpause das Spiel gewinnen kann, wie wir zuletzt. Da kann man die zwei Wochen entspannter angehen. Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Ich denke, es ist auch normal, wenn man so einen Torhüter hat, dass viel auf ihm zukommt und viele große Vereine Interesse an ihm haben. Der Junge hat alles. Er hat eine Ausstrahlung, ganz viel Talent. Er ist schon ein sehr, sehr guter Torhüter und ist noch ganz jung und ich hoffe, dass er noch ein bisschen bei uns bleibt.